Ich muss herausfinden, was ist die Wahrheit, ja, und bis ich check, das gibt's ja gar nicht. Das heißt, ich bin einem falschen Ideal hinterhergejagt und jag ihm immer noch hinterher, das ist ein reiner Automatismus und ich müsste das eigentlich aufgeben, ich müsste erkennen, ach so, es geht darum, was ich fühle, während ein anderer behauptet, er hätte die Wahrheit. Und dann fängst du an, Wahrheit zu erleben auf einer viel tieferen Ebene und dann brauchst du dich auch nicht mehr fragen, wie finde ich denn meine Intuition, das ist es schon, da liegt sie. Als wäre sie nie weg gewesen, du hast immer nur zielstrebig daran vorbeigeschifft. Genau.